Ja, meine liebe Eltern, der Schulanfang steht schon wieder kurz bevor, obwohl natürlich gerade Schulschluss ist, aber es geht schon wieder los mit den tollen Aktionen von Pössenberg im Berg. Ich muss natürlich auch wieder einmal ein großes Danke sagen an alle, die jetzt im Juli schon gekommen sind. Es war überwältigend. Wir haben bereits, glaube ich, mehr als 1000 Volksschüler abgefertigt, so gesagt schon fast. Es war unglaublich, was da los war im Juli. Wir freuen uns jetzt aber auf den August und September Schulanfang. Wir haben wieder tolle Aktionen. 20 Prozent auf alle Schulartikel haben wir und natürlich hinter mir sieht man unsere riesengroße Schulrucksack-Auswahl. Da sind wir wirklich mit Abstand am besten bestückt. Wir haben da auch eine tolle Aktion uns einfallen lassen, die ich aber nicht verraten möchte, sondern kommt zu uns, schaut euch das an und ihr werdet jetzt begeistert sein. Wir freuen uns schon sehr herzlich auf euren Besuch. Seid bereit, wir beraten euch gerne, wir führen euch durchs Geschäft, wir zeigen euch die Möglichkeiten, dass es euren Kindern in der Schule besonders gut geht. Danke noch einmal für den Juli-Besuch jetzt schon und wir freuen uns auf alle, die noch zu uns kommen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.